Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbende. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden. Dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Gebet. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Blutdrehen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut. Von dem unbefleckten Herzen Mariens. Und mit ihrem Brut. Keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilands Worte. Ich brauche Söhne, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. 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 Vielen Dank.